Hallo, jetzt hat er kein 321 gemacht, weißt du? Ich nehme gar nicht auf, jetzt schon. Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier. Der Arsch mit dabei, Gastel Edler Herr. Hallo. Doppelt die Mollo bei dir und macht nix. Ich hab die Aufnahme-Knopf mit gedrückt. Ja, du hast auch nicht 321 gesagt. Ne, hatte ich auch nicht. Hast du auch nicht gedrückt? Ja, ich hab ein bisschen zu spät gedrückt. Ob immer hast du angefangen, weißt du? Ja, ich weiß. Wie gesagt, ich war ja im Gedanken, was mach ich jetzt für ein Foto und da war ich ganz woanders. Tja. So, mal gucken, dass wir noch Fahrzeuge haben, dass wir frei haben. Wir haben die Gräsche. Die ist beschäftigt. Den können wir uns nicht gebrauchen. Der wäre frei, der könnte mähen. Nur einer. Lkw könnten wir bisschen Ballen weg transportieren. Taktor mit drei. Zwei haben wir Taktoren. Drei Taktoren haben wir auf jeden Fall. Zwei. Zwei. Zwei hätten wir. Ja. Ballen pressen. Benzilage ist, dann ist es ja... Kann man hier gleich mähen. Trotzdem würde ich warten. Zwei noch 41. Das wäre Gärtnerei. 41. Oder 88.000. Wir brauchen Geld. So, hoi. Du machst das schon. Das ist schwer zu sagen. Oder mach ich unser BGH. Wurde ich machen. Probier ich von mir mal aus. Gut, dann mach mal. Muss ich mir... Quatsch. Dann pack doch nochmal! Ich bin ja unterfordert hier mit Verdichten! Aber? Zweig, dann mach sie an Also es ist automatisch! Hw f negotiations. Nei 네in?! Doch! Weg hast denn die KI... machen soll ja das braucht kann sich nicht was anscheiden jetzt ist das klasse system nichts kommt wie man denkt das wetter ist auch ein chaos system deswegen kannst du das klima nicht voraussagen in 100 jahren also ja das wird vielleicht für drei tage vorher sagen das war es dann schon und mit dem klima ist ein ganz vorbei mit der vorhersage das reine spekulation wenn wir behaupten der erde geht so schlecht durch das klima der erlösung schattiger er dreht sich auch noch weiter wenn wir auch nicht mehr da sind dann um geschäftmacherei und der beziehung wenn sie das co2 wirklich verringern wollten dann würden sie was machen dabei weiß ich eine maschine entwickeln die das ansprechend ausfüllen wenn er so dringend wäre aber die uhr schon beschrieben sie wenn es hier mehr kohle brauchen müssen weil das problem mit dem erdgas oder mit dem ja irgendwie sind wir nicht gelöst für strom und so ne ich meine wie kann man so blöd sein und beschließt aktionen und schade sich bei selber wäre so wenn du dich eine bestrafen würde ich will ja den anderen bestrafen und geht zu schule also willst du den busfahrer bestrafen und gehst zu schule so jetzt gehen wir davon aus die entfernung ist ein bisschen weiter als die aktuelle vielleicht du musst dann 18 km so gut laufen ja heute macht kein normaler mensch die kühe sind dick und rund was machen die schweine ich habe keine ich habe keine ich habe kein geld vielleicht können wir ein schweiner wieder verkaufen mal sehen du könntest auch ein lager mal einlager ja ich weiß nicht was wir im frühesten nächsten jahr kaufen können dann sieht man das häckselbrut von mais was da reingeht in die bgh Ja. Königin Wiese. Cool. So. 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 Das war aber nicht so. Ich mach das auf. Bereit. So. So. Das war's. Das war's. 9,50 Meter. Das war's. All good. Das war's. Das hat er geschafft. Das ist so einfach. Ja. Und beide noch Verkehrspunkt. Ersten Wegpunkt. Ja. 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 Es geht los. Es geht los. Er fährt zum ersten Wegpunkt. Ja. 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 BETT dein Henderson. Ja. 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 sitzen so dass noch nicht ich bin müde was müde dann das kurs ich doch nicht wie viel ertragte sind aber mächtig wir haben nicht gedüngt ist also macht auch so längere fälle sind besser müsste jetzt sagt gut nicht holen von feld 77 holen machen ja ich schicke ihn mal näher hin wenn er sind fast leer 15.000 noch 340 tonnen allerdings gesamt ja wenn man stimmt trakt aus kaputt das das läuft ja keiner schlafen mag nicht Nicht. Alle Bewerbungsgespräche um zwölf Uhr. Ach so. Okay, dann geht's nicht. Okay, dann geht's. 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 Okay. 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 Okay.